Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück. Heute wollen wir eine wundervolle Sache besprechen und zwar Parameter in Funktion. Parameter machen eure Funktionen so viel mächtiger und ja, das will ich euch heute zeigen. Ihr erinnert euch noch an das letzte Mal, ich mache hier mal zur Übersichtlichkeit das wieder raus und auch, ne den Teil lasse ich drin. Was das gemacht hat war, es hat euch die 9er Reihe bis 100 abgedruckt. Wir können im Endeffekt jede Reihe hier bis 100 abdrücken, wenn wir hier eine entsprechende Zahl reinschreiben. Und wir können jetzt hier offensichtlich auch die 4er Reihe bis 100 abdrucken. Aber das große Problem ist, wir müssen hier das Ganze im Code ändern. Sprich, wenn wir zum Beispiel die 9er Reihe jetzt machen wollen, müssen wir die komplette Funktion kopieren und dann hier sagen, hey, ab hier 9er Reihe und dann haben wir hier die 5er Reihe und die 4er Reihe und so weiter und so fort. Und das ist einfach Quatsch. Dafür gibt es Parameter. Parameter übernehmen genau das für euch. Das heißt, ihr könnt hier in den Funktionsaufruf einen Parameter übergeben. Der bestimmt dann einige Eigenschaften von eurer Funktion, die ihr festlegen könnt beim Schreiben der Funktion. Das heißt, was wir machen wollen ist, wir wollen jetzt diese Reihe als Parameter feststellen oder festlegen. Und damit sozusagen sagen, hey, die Reihe ist eigentlich nicht festgelegt innerhalb der Funktion. Die Reihe wird erst festgelegt, wenn die Funktion aufgerufen wird. Und das ist halt super geil. Das heißt, was wir machen ist, wir schreiben einfach oder wir nehmen diesen Teil hier, diese Reihe Doppelpunkt in und schreiben das hier oben hin. Den Teil können wir rauslöschen. So, und was wir jetzt haben ist, hey, Reihe existiert hier drin eigentlich gar nicht. Ich lege das hier nicht fest, ja. Aber ich habe einen Parameter namens Reihe, der den Typ Integer hat. Und dieser Integer, dieser Reihe Integer, der ist hier drin verfügbar. Aber ich muss ihn, wenn ich die Funktion verwenden möchte, mitliefern. Das heißt, ich muss hier sagen, Modulo Übung. Ja, was genau möchtest du denn eigentlich als, was für eine Reihe möchtest du denn ausgeben? Möchtest du die Einer Reihe, die Zweier Reihe, die Dreier Reihe, Vierer, Fünfer und so weiter und so fort. Und genau das können wir hier angeben. Ich kann hier jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich hätte jetzt ganz gerne die Vierer Reihe. Dann wird mir hier die Vierer Reihe ausgegeben. Ich kann hier unten aber auch einfach sagen, ich hätte gerne die Sechser Reihe. Dann wird mir die Sechser Reihe ausgegeben. Und das Tolle ist, es ist halt nicht festgelegt für immer. Das heißt, ich kann hier einmal sagen, ich hätte gerne die Sechser Reihe. Einmal kann ich sagen, ich hätte gerne die Elfer Reihe. Und einmal kann ich sagen, ich hätte gerne die Fünfer Reihe. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Zuerst bekomme ich, ich scroll mal ganz kurz nach oben, ja. Zuerst bekomme ich natürlich die Sechser Reihe, die bis 100 durchläuft. Dann bekomme ich die Elfer Reihe, die hier bis 100 durchläuft. Und dann bekomme ich natürlich hier auch noch die Fünfer Reihe, die auch bis 100 durchläuft. Und all das mit ein und derselben Funktion, nur eben hier mit verschiedenen Parametern. Das heißt, das wird im Endeffekt an die Funktion übertragen, was ich hier unten habe. Das kann natürlich hier auch ein Parameter sein. Also ich kann hier zum Beispiel, weil meine Reihe vom Typ int gleich 6 schreiben. Und dann kann ich hier statt einer 6 direkt meine Reihe übergehen. Das geht natürlich genauso. Denn meine Reihe ist ja hier einfach gleich 6. Das ist ja, das funktioniert genau gleich. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. So, und hier oben habe ich jetzt eigentlich diese Reihe gar nicht mehr festgelegt. Aber wie das Ganze verarbeitet wird, wie es berechnet wird, das habe ich festgelegt. Und das ist halt super cool. Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Wir können natürlich auch mehr als nur ein Parameter haben. Das heißt, wir können hier sagen, hey, warum nur ein Parameter? Wir können hier auch zum Beispiel noch einen zweiten haben oder einen dritten. Also ihr seid dann wirklich, euch sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch 100 Parameter reinschreiben. Wobei das dann irgendwann unübersichtlich wird. Und ich würde euch das nicht empfehlen. Also ich würde vielleicht bis maximal 5, 6 Parameter gehen. Dann wird es eigentlich schon kritisch. Ja, dann ist es ein bisschen zu viel. Weil man muss es ja auch noch irgendwie verstehen, was das überhaupt bedeutet. So, und dann können wir hier zum Beispiel noch sagen, until als Parameter vom Typ int. Okay? Nun, was genau macht until für uns? Wir können mit until hier zum Beispiel angeben, wir wollen die Reihe von 0 bis irgendwo haben. Und dieses irgendwo kann mir als Parameter übergeben werden. Das heißt, ich kann hier sagen, hey, ich möchte die 6. Reihe gerne bis 60 haben. Ich möchte die 11. Reihe gerne bis... Okay, das ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich muss auch noch durchscrollen können. Und ich kann, ich möchte die 5. Reihe nur bis 12 haben zum Beispiel. Und so gebe ich quasi das alles an. Das heißt, ich habe jetzt hier mehrere Parameter und habe meine Funktion noch ein bisschen flexibler gemacht. Das heißt, wir haben hier jetzt offensichtlich, jetzt muss ich ganz weit hochscrollen, von 0 bis 60 die 6. Reihe bekommen hier, weil ich hier eben 60 als Obergrenze angegeben habe, während wir hier diese 11. Reihe wirklich bis 462 haben, wobei wir hier 463 als Obergrenze gemacht haben. Aber ihr wisst ja, das soll ja nur die Reihe angeben. Und 462 ist offensichtlich noch durch 11 teilbar, 463 dann nicht mehr. Und die 5. Reihe, naja, da haben wir bis 12 gesagt, also werden mir hier diese drei Zahlen ausgegeben. Und so kann ich das Ganze im Endeffekt noch flexibler machen. Ich kann hier auch die 0 noch ersetzen. Und das ist jetzt eure Aufgabe ganz kurz. Ersetzt mal die 0 durch einen weiteren Parameter, den ihr from nennt. Also F-R-O-M. Okay? Wie wir das gerade bei Antil gemacht haben. So. Ich pausiere euch kurz und wir hören uns gleich wieder, wenn ihr das gemacht habt. Beziehungsweise ihr pausiert mich so rum. Okay, da sind wir wieder. Und ja, jetzt wollen wir ganz kurz das hier ersetzen. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt die Reihe bei 0 anfangen. Wir können ja auch im Negativen anfangen. Wir können auch irgendwo anders anfangen. Und das können wir hier machen, indem wir hier zum Beispiel sagen, from bis until wollen wir das Ganze machen. Und jetzt geben wir hier als zweiten Parameter, ihr könnt es auch als dritten machen. Das ist eigentlich relativ egal. Man muss nur die Reihenfolge dann beim Aufruf wissen. Die Reihenfolge ist extrem wichtig. Also wir sagen hier, from ist ein Integer und wir gehen jetzt hier von from bis until alle Zahlen durch und alle, die in die 6er Reihe gehören, sprich die sich durch 6 teilen lassen oder durch Reihe teilen lassen, ist ja auch ein Parameter hier, die wollen wir ausgeben. Und das machen wir, indem wir hier zum Beispiel sagen, okay, wir müssen noch einen weiteren Parameter angeben, zum Beispiel minus 10. Und hier geben wir noch ein Parameter an, zum Beispiel sagen wir hier 200 dazu. Dann kriegen wir die Reihe von 200 bis 463 und hier geben wir den Parameter minus 15 an, okay? So, und was jetzt passiert, ist natürlich auch wieder offensichtlich. Wir sehen hier, die Reihen fangen eben früher an. Das heißt, minus 6 ist durch 6 teilen, offensichtlich 0, 6, 12 und so weiter und so fort bis 60. Hier fangen wir erst bei 209 an, denn 200 bis 208 ist nicht teilen, aber durch 11 offensichtlich. Und dann gehen wir hoch bis 462 und hier fangen wir eben bei minus 15 an und gehen bis 10 hoch. Wunderbar. Und ja, so funktionieren im Endeffekt Parameter. Ihr könnt das Ganze so machen, wie ihr wollt. Wichtig ist hier allerdings, wie gesagt, die Reihenfolge. Also wenn ich jetzt hier aus Versehen until angebe, als letztes und from als erstes angebe, das heißt so rum, naja, was passiert dann wohl? Ich bekomme in meiner 6er Reihe Reihen gar nichts ausgegeben. Warum nicht? Weil ich versuche hier gerade, Achtung, das ist until beim Aufruf, das ist until und das ist from. Das heißt, ich versuche from, also von 60 bis minus 10 zu gehen. Und wir wissen, diese beiden Punkte sind in Kotlin nur zum Hochzählen da, nicht für irgendwas anderes. Das heißt, wir versuchen von minus, äh, von 60 auf minus 10 hoch zu zählen. Und, naja, offensichtlich fällt da keine Zahl rein, weil wir, weil das keine Vorschleife ist. Weil, weil es einfach keine Zahl dazwischen gibt. Also zwischen 60 und minus 10, wenn wir da hochzählen, da ist einfach nichts. Das geht nicht. Ähm, sprich, diese Vorschleife hier wird nicht einmal ausgeführt. Es kommt aber auch nicht zum Fehler und das ist ganz toll bei Kotlin, auch wieder ein schönes Feature. Genau. Ja, und das ist eigentlich auch schon das, was ich euch zu Parametern zeigen wollte. Ähm, und, ja, das ist eigentlich auch das, was ich zu diesem Video zu sagen habe. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.